Hallo, Laura! Als erstes Happy Birthday und alles Liebe und erdenklich Gute zu deinem 35. Geburtstag. Ich habe gehört, du bist ein riesengroßer FCK-Fan und da hat deine Schwester Sabrina sich was ausgedacht. Ich weiß nicht, ob du dein Geschenk schon ausgepackt hast, aber jetzt kannst du mitverfolgen, wie es entspäht. Ich hoffe, es gefällt. Ich habe gehört, du bist ein riesengroßer FCK-Fan. Liebe Laura, ich hoffe, wir haben deinen Geschmack getroffen. Happy Birthday! Unsere Liebe geht in den Planerhof. Es ist ein Planerhof, es ist ein Planerhof, es ist ein Planerhof. Wenn auch du so eine Leinwand haben möchtest, darfst du mir gerne eine Nachricht schreiben. Am besten per E-Mail an die unten eingeblendete Adresse bella-maz-web.de Und da können wir gerne über alles reden. Leinwandgröße, Motiv, es ist fast alles möglich. Ich freue mich auf deine Nachricht. Tschüss!